Willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schrein. Der befindet sich hier, auch wieder im Himmel. Den habe ich hier gefunden und ja, ich hoffe keine Überlebensprüfung. Wasserwege, okay. Soll ich einfach nur einen Weg drüber bauen? Okay. Mist. So passt's. Mal eins zu kurz. Ja gut. Jetzt auch nicht so schwer. Äh, ja. Ach, kann ich den einfach runterziehen? Normalerweise würde ich einfach so ein Bombending draufschmeißen. Ach, eine habe ich sogar noch. Ich meine, da was findet. Kann ich da nicht auch wieder dieselbe Brücke nehmen? Ja, na klar. Ich weiß nicht, für was diese Hydranten da sind. Die braucht man eh nicht. Das war's dann auch schon wieder mit dem Schreien. Ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen oder einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt noch weiter. Ja.